So enge Hosen und so. Das kann ich gar nicht ab. Oder wenn das so richtige Schlabberklamotten sind. Oder wenn sie zum Beispiel Leggings tragen, das ist irgendwie nicht so geil. Mädchenhosen. Yo Leute, was geht's zum neuen Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar, heute habe ich ein kleines Video vorbereitet. Und zwar die Frage lautet diesmal, was ist für euch bei einem Mädchen oder bei einem Jungen ein No-Go, was sie anziehen sollen? Ungefähr so die Frage. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt jetzt mal los. Let's go, also. Und zwar die Frage lautet, was ist für euch ein No-Go, was Jungs anziehen sollten für Klamotten? Was wäre wirklich richtig der Horror, was ihr gar nicht feiert? Skinny Jeans. Wollte ich auch sagen. Skinny Jeans? Warum jetzt direkt Skinny Jeans? Ja, das sollte ein Junge nicht tragen. So enge Hosen und so. Was heißt für dich enge? Ja, das ist so Skinny Jeans, halt so richtig enge Hosen. Also so wie ihr ungefähr, ja? Ja. Okay, und noch was? Ich meine, stell dir vor, ich träge Bauchfrei oder so. Ich meine, ist doch auch nicht geil. Ja, das ist nicht geil, aber ich denke mal nicht, dass das ein Junge so tragen wird, so. Es gibt schon ein paar Leute, ne? Ja, aber ich mag so diesen Hipster-Style nicht, so. Okay, also so wie ich jetzt. Nee, 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 das geht noch so voll fit, aber so Skinny Jeans und Long Tees, so als ob die Kleider anhaben, so mag ich nicht. Ja, und du? Ja, ich auch, so. Keine Skinny Jeans, keine, kein Bauchfrei, sowas. Alles klar, das war's schon, danke, ne? Ich fang mal mit dir die an. Was ist für dich ein No-Go, was ein Mädchen nicht tragen würde? Sollte. Was soll sie gar nicht tragen? Weiß nicht, was soll ich denn gar nicht tragen? Also wenn du schon so darauf ansprichst, ne? So ne Hose geht hier gar nicht. Die Schuhe, wollen wir gar nicht machen von Anfang hier. Nein, jetzt kommen wir jetzt mal ehrlich. Ich weiß nicht, was soll ich denn da zu groß sagen? Würdest du es feiern, wenn deine Freundin mit Leggings oder so? Weiß ich so gar nicht, das wäre jetzt mein nächstes Ding, das kann ich gar nicht ab. Oder wenn das so richtige Schlabberklamotten sind. Also richtige Schlabberklamotten, so gar nicht, was für dich richtig hässig ist. So richtige Pennerdinge. Genau. So was kann ich auch gar nicht ab. Okay, gut. Ja, was ist, was für euch ein No-Go bei Jungs oder so? Bei Jungs? Was sollten die auf gar keinen Fall tragen? Mädchenhosen. Es ist ja jetzt so ein neuer Style, dass jetzt halt auch so Männer anfangen mit Bauchfrei. Um Gottes Willen, Alter, das ist echt das Schlimmste. Mädchenhosen. Mädchenhosen. Mädchenhosen, was? Ich will die Jungs fangen an, Mädchenhosen zu tragen. Was sind Mädchenhosen? Ganz enge Hosen, wo man einfach alles sieht. Auseinandergenommen. Was ist für euch das absolute No-Go, was Jungs tragen sollten? Ich muss überlegen. Dann überleg mal. Weißt du schon mal? Ja, Skinny Jeans, also so enge Hosen. Wie eng? Körpereng. Okay, und was, was sag ich mal noch? Ja. Was, 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 was ist denn noch? Ich meine, das reicht doch noch nicht. Zöpfe. Zöpfe. Ja, lange Haare. Lange Haare, aber bei manchen sieht das doch voll chillig aus, lange Haare. Nein. Also bei manchen schon. Ja, geht voll. Was ist für dich das absolute No-Go, was Mädchen tragen sollten? Äh, keine Ahnung. Der, der muss doch irgendwas wissen. Ich meine... Run. Einen fällt doch direkt was ein. Ich meine, stell dir vor, sie würde irgendwie, keine Ahnung, so breite Hosen tragen wie, keine Ahnung, Alter, der Tür steht ja im Club. Ja, keine Ahnung. Was soll ich machen? Ja, ey. Es muss doch irgendwas, irgendwas sein, was richtig für dich gar nicht geht. Ein Minirock. Ein Minirock, warum das? Ich hasse Minirocke. Nein, nein. Ich meine, wenn vor dir ein Mädchen ist, was du richtig, richtig geil findest, ja? Ich habe einen Minirock, nein. Echt gar nicht? Und sonst noch was? So, sage ich mal, wenn sie, äh, ein Pullover trägt bis zu den Knien oder so? Nee, gar nicht, aber... Gar nicht? Ja, das ist halt eine klare Aussage. Danke, ne? Was ist absolut das No-Go, was Jungs auf gar keinen Fall tragen sollten? Enge Hosen. Ja, auch enge Hosen. Was heißt denn für dich eng? Heißt das so Lederhosen-mäßig oder wie? Ja, so halt. Okay, und muss doch noch irgendwas geben? Ich meine, stell dir vor, er hätte irgendwie, keine Ahnung, richtig enges T-Shirt an, was halt wirklich richtig scheiße aussieht. Ich meine, nicht nur enge Hose. Gibt ja noch andere Sachen, oder? Gar nichts. Die dürfen halt keine engen Hosen tragen als wir. Das sieht komisch aus. Ja, es kommt immer auf die Person drauf an, ne? Ich meine, stell dir vor, ihr habt, oder ihr würdet so Hosen tragen, die richtig weit sind. Wäre doch auch nicht schlicht. Ja, also wirklich gar nichts, gar nichts anderes. Ach man, das ist doch langweilig. Also, jetzt mal ehrlich, ich habe jetzt wirklich fast jeden, wirklich, also jeder hat wirklich fast geantwortet, ja, nur enge Hosen oder so. Andere Typen, die aussehen wie, keine Ahnung. Was weiß ich, richtig noch schlimmer als nur enge Hosen. Weil enge Hosen sind, finde ich nichts Schlimmes, aber ist ja Geschmackssache. Auf jeden Fall würde ich sagen, fragen wir einfach mal weiter, was die anderen so dazu noch sagen. Und ja, let's go. Und zwar, meine Frage lautet, und das ist jetzt wirklich, ihr müsst wirklich jetzt ernst sein, ja? Hatte ihr schon mal irgendwie Erfahrung mit Geschlechtskrankheiten? Nein. Nein, das war nicht die Frage, nein. Was ist das absolute No-Go für euch, was Mädchen tragen sollten? Also, was sollten die auf gar keinen Fall tragen? Ja, ich weiß nicht. Eigentlich sollte sie das tragen, na, worum sie sich wohl spielt. Ich meine, ich sollte jetzt nicht zu assi sein, aber bei etwas dickeren Frauen, die tragen ja, weißt du, wenn sie zum Beispiel Leggings tragen, das ist irgendwie nicht so geil. Ja, das stimmt schon, aber ich meine, jetzt, sag ich mal jetzt zu den lockeren Sachen. Was ist denn für dich so locker oder eklig oder was auch immer, was meinst du damit? Ja, sie sollte jetzt nicht so mit irgendeinem schmutzigen Pullover oder so in die Stadt gehen oder sowas oder in so einer mega weiten Jogginghose, würde ich nicht so nice finden. Ja, oder so eine absolut zerrissene Hose, die bis hier oben zerrissen ist, oder keine Ahnung. Also, wie man sehen kann, ist es leicht schon dunkel. Ich versuche aber noch so schnell wie möglich ein paar Fragen abzuackern. Auf jeden Fall würde ich sagen, bleiben wir erstmal dran und, ja, komm, jetzt weiter. Jetzt weiter, ja, Mann. Was ist für dich das No-Go, was Jungs, also so ein No-Go, was Jungs auf gar keinen Fall tragen sollten? Also, ich finde Risse in der Hose auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schwul. Wie denn schwul? Was ist denn schwul? Ich weiß nicht. Wenn, also okay, ne, paar Risse sind okay, aber so, wenn das so, wenn die so richtig groß sind, dann nein. Okay, und was noch? Irgendwie, keine Ahnung, Bauchfrau oder so? Vererst du das? Stehst du drauf? Nein, bei Jungs noch nicht. Ja, das meine ich ja. Bauchfrei ist ja auch scheiße, ne? Ja, ist auch. Es gibt doch noch locker irgendwas anderes oder so. Ja, und diese ganz engen Pullis. Was sind für enge Pullis? So diese ganz engen Sweatshirts, heißen die, glaube ich. Ja, okay, gut, das war's schon. Danke, dass du mitgemacht hast. So, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe jetzt so ein paar eigentlich fast gleiche Reaktionen bekommen. Danke, dass ihr erst mal eingeschaltet habt. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tut es einfach. Checkt mich auf Instagram und auf Snapchat auch noch ab. Danke nochmal an Henry, dass du gefilmt hast. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schalt's auf jeden Fall ein. Vergesst nicht zu abonnieren und, ja, haut rein. Vergesst nicht zu abonnieren und, ja, haut rein.